Ja, jetzt kann ich schon wieder lachen, aber vor einem Monat war das alles andere als lustig. Ich bin in der Nacht nach einer langen Tagessitzung in der Finsternis über eine Treppe gestolpert und hatte mir eine Rippenbrellung zugezogen, die sich gewaschen hatte. Meine Freunde rundum haben mich vorbereitet auf Monate Schmerzen und ich wusste schon nicht mehr, wie ich atmen sollte und die Nacht war wirklich grausam für mich. Ätherische Öle, die ich zur Hand hatte, haben mir über die ersten Tage geholfen. Bei der nächsten Sitzung hat Thomas mir auf meiner Rückenlehne ein Echopelgerät hergerichtet. Das hat die Wirkung der ätherischen Öle so grandios verstärkt, dass ich nach zehn Tagen schmerzfrei war. Ich wiederhole, es waren zehn Tage und niemand wollte mir das glauben. So können wir das ja mit anderen Sitzung läuft, wenn wir auf einen ... Kolschirm auf einer Echopel, die ich euch Vielen Dank.